Eine Zahnbraeinviertel CKI ist eine feste Prothese, die dazu dient, einen oder mehrere fehlende Z-Ani zu ersetzen. Es handelt sich um eine dauerhafte Lassung, um das Aussehen und die Funktion der Z-Ani zu verbessern. Doch wie pflegt man eine Zahnbraeinviertel CKI richtig, um sie so lange wie möglich haltbar zu machen? 1. Regelmaierige Reinigung ist das A und O Die Pflege einer Zahnbraeinviertel CKI beginnt mit der Regelma-Eigenreinigung. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Zahnbraeinviertel CKI mindestens zweimal taglich GAA ein Viertel endlich putzen, um Plagg und Bakterien zu entfernen. Verwenden Sie dazu eine weiche Zahnbraeinviertel RSTE und fluorithaltige Zahnpasta. Vergessen Sie nicht, auch die Zwischenraum E zwischen den Z-Ani und unter der Braeinviertel CKI zu reinigen. Hier für ein Viertel ereignen sich Zahnseide- oder interdentalbaeinviertel RSTE. 2. Die richtige Technik beim Putzen Achten Sie darauf, Ihre Zahnbraeinviertel CKI sanft zu putzen, um sie nicht zu beschadigen. Vermeiden Sie zu starken Druck beim Putzen und verwenden Sie keine harten BAeinviertel RSTE, da dies die Oberflatsche der Braeinviertel CKI verkratzen kann. Putzen Sie Ihre Zahnbraeinviertel CKI mit kreisenden Bewegungen, um alle Stellen zu erreichen und GAA ein Viertel endlich zu reinigen. 3. Mundspareinviertel Lungen und antibakterielle Mittel verwenden Um zusätzlichen Schutz vor Bakterien zu bieten, kann Ihnen Sie Mundspareinviertel Lungen und antibakterielle Mittel verwenden. Diese helfen dabei, Plagg zu reduzieren und die Mundhygiene zu verbessern. Achten Sie darauf, Produkte ohne Alkohol zu verwenden, da alkoholhaltige Mundwasser die Zahnbraeinviertel CKI beschadigen kann Ihnen. 4. Regelmaeige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt Um die Haltbarkeit Ihrer Zahnbraeinviertel CKI zu gewahre leisten, ist es wichtig, regelmaeige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt durchzuvereinviertel rennen. Der Zahnarzt kann den Zustand Ihrer Zahnbraeinviertel CKI A1Viertelberbraeinviertelfeen und eventuelle Probleme fraeinviertelseitig erkennen. Zudem kann er professionelle Reinigungen durchfahreinviertel rennen, um Ablagerungen zu entfernen und die Lebensdauer Ihrer Zahnbraeinviertel CKI zu bärlernähern. 5. Achtsamkeit bei der Ernährung Eine gesunde Ernährung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Pflege Ihrer Zahnbraeinviertel CKI. Vermeiden Sie harte oder klebrige Lebensmittel, die die Braeinviertel CKI beschadigen kann einten. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist, um die Gesundheit Ihrer Zahnarzt nie zu erhalten. Zusammenfassend La SST sich sagen, dass die Pflege einer Zahnbraeinviertel CKI regelmaeige Reinigung, die richtige Putztechnik, die Verwendung von Mundspareinviertelungen und antibakteriellen Mitteln, regelmaeige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt und eine gesunde Ernährung umfasst. Indem Sie diese Tipps befolgen, kann Ihnen die Haltbarkeit Ihrer Zahnbraeinviertel CKI verbessern und Ihre Mundhygiene optimieren. Denken Sie daran, dass eine gute Pflege entscheidend ist, um Ihre Zahnbraeinviertel CKI in einem optimalen Zustand zu halten und Ihre Mundgesundheit zu erhalten. Hmm.